Norddeutschland 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 Das ist schrecklich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es kann auch sein, dass es wieder Ziel-Touristen sind, die sich hier behandeln lassen. Es gibt zum Beispiel Menschen in der Gegend. Wir warten für die Kälte. Wir nehmen sie gerne an, oder? Das ist natürlich guter gebracht. Die bringen viele Kälte ins Land. Ach Gott, ich habe hier wahrscheinlich auch. Das muss aus Bernwende hier an der Vätersee ganz so vorgen. In 300 Metern rechts abbiegen, auf der Saatsdiagonalen. Hinten auf die Höhe und Höhe. Mit 90 Metern rechts abbiegen. Versprochen. Das ist auch echt die Kälte hier. Oh, da ist noch ein Kühlhör jetzt. Das ist auch echt geil. Noch mehr, 4 oder 5. 50 MHz, das ist noch ein Kühlhörer. Noch mehr, 4 oder 5. 50 MHz, das ist noch ein Kühlhörer. Ganz weit im Norden, wo ist es los? Vielleicht wird auch ungerüst und so groß Deutschland. Außerdem habe ich hier Vorfahren in Schweden. Das ist auch so eine Gegend. Das muss der Hübscher-Frau gewesen sein. Hier ist irgendwie, weiß ich nicht, als Typ gehelfen, nach Deutschland gekommen, was wir ja gerade hatten. Nicht so weiter auf das ganze Flughafen. Ich bin nicht mehr als 10. Späne. Oder auch nicht mehr. Ich bin nicht mehr als 10. Späne. Ich bin nicht mehr als 10. Späne. Ja, das stimmt.